RM 2024, Philipp Lahm sieht ein Turnier als Zeitenwende, Turnierdirektor will keine Ausreden mehr. Turnierdirektor Philipp Lahm sieht in der Europameisterschaft im nächsten Jahr eine Chance für Veränderungen, sowohl sportlich als auch gesellschaftlich. Die Zeit ist gekommen für einen Wendepunkt im deutschen Fußball, schrieb der Weltmeister von 2014 in einem Gastbeitrag für das Fußballmagazin Kicker, Montag-Ausgabe. Die Spiele sollten als Wendepunkt für Europa, für die Gesellschaft und für uns alle gesehen werden. Nach dem Amtsantritt von Julian Nagelsmann als Bundestrainer und der Ernennung von Andreas Rettig zum Neuen der FB. Geschäftsführer sei Ruhe in die Nationalmannschaft eingekehrt und jeder kann sich voll und ganz auf seine Aufgabe konzentrieren, keine Ausreden mehr finden. Nach den jüngsten enttäuschenden Wettbewerben hofften die Fans endlich auf eine Nationalmannschaft. Mit der sie sich voll und ganz identifizieren können, schrieb der 113-fache Nationalspieler. Rahm betonte, dass es nur auf Klarheit und den Fokus auf den gemeinsamen Erfolg ankomme. Am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, beginnt das Bewerbungsverfahren für Eintrittskarten für die Europameisterschaft. Rahm sagte, das Turnier könne weit über den Fußball hinaus Auswirkungen haben. Dieses Turnier ist ein Aufruf zur Einigkeit, Fürsorge und zur Wiederbelebung des europäischen Denkens. Damit wir Krisen und Konflikten in Zukunft erfolgreich begegnen können, schrieb der 39-Jährige. Europa und seine wichtigen Werte wie Demokratie und Freiheit, Vielfalt und Toleranz, Integration und Inklusion sollten gestärkt und gefeiert werden, sagt Oram. Jochen Graf Vielen Dank.